assalamu alaikum alle lieben geschwister in islam hamdulillah letzte woche bzw vorletzte woche sind fast circa 20.000 exemplare dieser wunderbaren bücher gekommen die biografie des edlen propheten mohammed frieden und segensei auf ihm und in der zweiten auflage gab es fast keine änderung das einzige was sich jetzt von der ersten zu der zweiten auflage geändert hat ist einfach nur dass der dass die der rück cover der hintere die hintere seite des buches ein bisschen die schrift vergrößert wurde ansonsten hat sich großartig nichts an diesem buch geändert warum auch weil man muss nichts mehr daran eigentlich ändern weil dieses buch existiert nicht seit heute nicht seit gestern sondern seit fast 10 jahren gibt es dieses gesegnete buch und möge allah den autor belohnen der autor ist kurdische abstammung der scheich jodja barmani ist kurde aus dem irak aus sulemania möge allein belohnen er kam vor über zehn jahren hat er die idee in deutschland gehabt dieses buch auf dem markt zu bringen zum einkaufspreis konnte man damals das kaufen für ein euro es war jetzt nicht so wie wir es heute machen mit unserem eigenen design verschenken sondern er hat haben oder die schöne wunderbare idee gehabt das buch zu verkaufen zum einkaufspreis von einen euro nur konnte man das damals damals vor zehn jahren kaufen dass er hat fast 500.000 bücher verkauft dieses buch kennt ihr viele haben das schon irgendwo gesehen das gibt es mal in der grünen fassung mal in einer roten fassung mal in der hellgelben hellgrauen fassung und hamdallah diese fassung auffassung ist von uns und hamdallah wir sind auch jetzt bei 33.000 exemplare also zirka drumherum 30.000 exemplare die wir drucken haben lassen das will auf mohammed team und der autor kam auf die idee dieses buch zu drucken er hat damals allein für dieses buch fast 20.000 euro bezahlt damit dieses buch dramatisiert wird dramatisierung ist damit das buch spannend wird für den leser damit er wenn er anfängt zu lesen gar nicht mehr aufhören will zu lesen damit jedes wort dramatisierter wird und das merkt man ich empfehle euch wirklich dieses buch bei uns kostenlos zu bestellen das kriegt ihr von uns geschenk dieses buch zu lesen wo könnt ihr das bestehen auf der we love mohammed facebook seite frieden und segen sei auf unseren geliebten propheten und er hat das damals dramatisieren lassen hat 20.000 euro dafür bezahlt und es ist tatsächlich so wenn ihr dieses buch liest ihr wird euch verlieben wirklich ihr wird euch neu verlieben kann sein dass ihr eure frau sogar nach rausschmeißen wenn ihr dieses buch verliebt seid nein spaß beiseite auf jeden fall es ist ein wunderbares buch ich kann jedem empfehlen die biografie zu lesen warum weil es einfach ein dieses buch ist nicht wunderbar sondern der prophet dahinter seine lebensgeschichte ist wunderbar und das buch beginnt wirklich damit mit der entstehung mekkas und und ende damit mit dem tod des propheten frieden und segen auf ihm und sein lebenszweck ist einfach fantastisch liest dieses buch liebe geschwister also es gab keine großen änderungen alhamdulillah die geschwister die bestellen bitte spendet etwas damit wir wenigstens eure versandgebühren tragen können ihr könnt das geben was euer herz geben kann diejenigen die uns nicht unterstützen können finanziell bestellt bitte trotzdem wir schenken euch euch das gerne vom herzen also wenn ihr schüler seid und nicht mal paar cent in der tasche oder auf dem konto schreibt euch nicht schreibt uns an auf der facebook seite bestellt es bei uns wir schicken euch trotzdem gerne zu alhamdulillah so eine der besten bücher die ich je in der deutschen sprache gelesen habe einfach zu verstehen ein wunderbares dauerbuch alhamdulillah wir haben genug davon 20.000 exemplare sind wieder gekommen danke nochmal an alle die uns unterstützt haben an die kosten zusammen zu bekommen und zu drucken und jetzt werden die alle 20.000 verschenkt bei ihr wenn ihr fragen habt kontaktiert uns auf we love mohammed facebook auf der facebook seite euer bruder bilal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dasen u k Das war's für heute.